hey ich schieße hier rum und da macht sich niemand gedanken sehr realistisch und der schmeißt mit bomben um sich ja okay zerschmettern wir mal ja kardana so dolly o gobrew it up for me to be da sheen to say ma so toll by la lady schon da war für mich piloten uns prüger hey dürften wir locker schaffen aber in sie außer wenn ich mich jetzt ganz dumm anstelle, was ich gerade mache, sehr schön, okay klar, ich folge dir irgendwohin. Okay, dann hier hinten nochmal schön was kaputt machen, den bloßen Fäustenpult da, die Sachen, die ihr braucht, auseinander, boah, echt stark an Solo. Oh, war hier nicht noch irgendwas ego mäßig, so, sag mal komm ich ja nicht mehr raus, ey, wir brauchen jetzt einen Austritt, durch nach hoch kommen, diese unfassbar tollen Münze. Hm, die Frage, nächste Frage, alles klar, Pastelrei, ich würde gerne da mal was machen. So, sehr schön. Oh, und das ist doch was hier für unsere kleine Drohüten. Und die Spannung gleich halt, Spannung, 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 Spannung. Sehr schön. Han Solo macht das. Ja, Han Solo. Sehr schön. Okay. Okay. Okay, Sarah, sehr, 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 sehr. Rüber. Sehr schön. Oh. Okay. Ich würde immer noch gerne nach da oben kommen, nach da, um die Münze zu holen, die da oben ist. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie. Ah, warte, ich kann das hier doch nochmal auseinandernehmen. Mal woanders hinbauen, oder? Okay. Ja. Boah, 10. Äh, 10.000 hat die Bärte. Wow. Das, äh, finde ich geil. Ja. So. Polokole. Vertragen im Sinne. So. So. Okay. 30.000 brauchen wir noch. Haben wir wieder mal wahrer Jedi. Okay. Oh, gut, wenn man sich auch orientieren kann, wie viel man noch braucht. Okay. Gut, mehr kriegen wir da nicht raus. Aber hier noch. Okay. Hier unten in die Ecke. Okay, ähm. Warum kommen uns die anderen nicht mehr? Doch, die anderen kommen uns nicht mehr. Ach, ich habe doch gesagt, es gibt keinen Kaffee mehr, bis der Reparaturtrupp das wieder in Ordnung bringt. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oder Jahre. Letzteres ist aber eher unwahrscheinlich. Okay. Kaffeemaschine kaputt. Oh, das, was wir brauchen. Und was ist das? Okay. Unsere Freundin, die da sitzt. Wenn ich da einmal raufschießen, muss, muss, muss Ray gleich wieder ausrasten und zehn raufschießen. Nicht in Ordnung. So. Wollen wir mal hier mit? Aha, das. Wollen wir mal was anderes draus? Lass mich raten, wir müssen jetzt irgendwie die Kaffeemaschine wieder in Gang setzen. Z3 und... Sehr schön. Und er... Und er rollt da mal schon rein. Geld kriegt man hier drin nicht. Wie schade. Okay. Oh, mal wieder sowas. Ähm. Ähm. Na. Äh. Okay. Das Thema muss man verstehen. Okay. Aber gibt's dann auch wieder Kaffee? Oh, stell sie ab! Stell sie ab! Na toll! Jetzt hat sie auch noch ihren eigenen Willen entwickelt. Eine intelligente Kaffeemaschine hat mir gerade noch gefehlt. Schlimm genug, dass der Abfallschacht immer so frech ist. Hä? Ach so. Also erst so abstellen sollen wir sagen, also wirklich. So, können wir also noch was machen, dann machen wir daraus mal... Was zum... Was zum... Hey! Sie geht wieder! Ich hab immer gesagt, wenn man Dinge nur lang genug ignoriert, drängen sie sich von selbst ein. Ja, von ganz alleine. Ich schätze, ich habe ein paar Minuten Zeit. Wer ist das Mädchen? Was? Ein paar Minuten Zeit? Ich dachte jetzt... Gehen sie mal kurz. Gehen sie mal kurz. Oh, Maus und Tastatur brauchen wir nicht. Wir brauchen... Erst hier ist sie dann entlang und dann haut sie zu. Bam, 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 bam. Nur ein alter Droide. Der kann uns nichts tun. Alter Droide? Das sieht mir doch aus, als wird es gleich... Ne. Ne, doch nicht. Oh, geil. Mir gefällt dieser grüne Droide eben echt gut. So. Da bin ich nicht alt genug. Wann machen wir ihn jetzt alt genug? Wenn wir nochmal schön reinhauen. Einmal noch rüber gehen. Der Seite kann auch noch schön was. So. Okay. So. Entschuldigung. V8. V8 ist in der Hinsicht eigentlich viel cooler, dass der überhaupt nicht diese Beine und so braucht, dass wir kommen. Hat auch was. Oh, sieht das geil aus. Lampe da oben. Gefällt mir sehr gut. Boah. Ja, die sehen aus, als könnten sie uns etwas tun. Ah, der kann gleich mal. Denk ich irgendwann mal wieder ran. Oh. Okay. Bauen wir mal... Eine Musikbox. Oder können wir auch was Sinnvolles draus bauen. Eine andere Musikbox. Na gut. Die Sinnvolligkeit von diesem Artikel schränke ich jetzt ein. Sind Völle. Völle? Naja. So. Hier kommt BB-8 immer wieder rauf. Er hat mal wieder. Um das Spiel zu spielen. Achso, nee. Gar nicht so ein großes Spiel. Ich dachte mal, was wieder so was spaßiges wird. So. Tast 5. Oh. Warum erstmal noch da. Und wie BB-8 rauskommt. Denke ich, oder? Das ist das hier so zum aufschrauben. Oh. Mal durch BB-8. Ich bin diesmal kaputt gemacht. Mh. Okay. Du kannst diese Tür öffnen, oder? Natürlich kann der BB-8. Das ist nicht so gut. Eins. Und... Drei. Zwei. Okay, das war alles mögliche am Münzen. So, sehr schön. Findet ihr gut. Ah, so ne Zombien war's ich noch. So. Erstmal viel wichtiger. Sonst geht hier mit nicht. Bis zum nächsten Mal. Also probiere ich den Film. Das